Order of Dawn So, im Sicherheitsheimfall überschreiben wir hier mal Und gucken mal, ob wir uns mit dem Kling-Verteidiger anlegen können Er kann uns schon mal einfrieren, also Okay, er friert uns ein Er macht auch Schaden an uns Das ist ein Hinterhalt Er trifft aber halt zum Glück nicht so oft Ich würde es aber vorziehen, wenn er endlich mal aufhören würde Vorsicht, Gegner Die Linien müssen halten Stand halten Die Linien müssen halten Versuchen wir mal weg zu berserken Vorsicht, Gegner Wir werden angegriffen Vorsicht, Gegner So, gut Stirb Was mir jetzt gerade so einfällt Doch Erst einmal die Rude austauschen Na doch Probieren wir es mal mit Ihm hier Ne, halt Du kannst doch Ja, doch Armbrüste benutzen Habe ich hier eine Die du benutzen kannst Ja, Skorpion Seht so ein bisschen lustig aus Server Gute Gartenhelm Gute Gartenhelm Hätte ich jetzt aber Die Maske So ein Ring So ein Ring Also ja Also ja, Speicher für Sicherheitshalber Da war ich Feedback kurz heraus Wie stark die Digger wirklich sind Runenkrieger Zu mir Ah, sehr stark Okay Nicht verlassen Start Ja, ich hatte es noch so in Erinnerung Aber ich War neugierig Ja, ich habe es noch so in Erinnerung Ja, ich habe es noch so in Erinnerung Wie stark oder wie stark Ich habe ich noch nach Von mir Wie stark Wie stark Oh, da... Zwei ist jetzt so viel, das ist gut, ne? Ganz ehrlich, ich sollte sie einfach töten. Auch wenn das dadurch ein bisschen länger dauert, als sie zum Gehen, ich sollte sie töten. Einzelte Eide nach dem Anderen. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Aber ja, kannst du mal aufhören, mich einzuheißen. Ich sollte Berserk erst sprechen, wenn er sich verausgabt hat mit Eideisen. Runenkrieger, zu mir! Also jetzt gerade wäre es zum Beispiel praktisch gewesen. Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! Oh, da habe ich den falschen Zauber gerade benutzt. Standhalten, Männer! Ach, ich hätte Zuflucht und nicht durchhalten benutzen sollen, ne? Das ist ein Hinterhalt! Das hilft aber auch nicht viel gegen das Eideisen. Standhalten, Männer! Du hast das! Die Linien müssen nach clasen, wenn ich Zeit ganz klassen! Die Linien müssen nach k Sekunden lang mismas Nacht sein. Ich bin nach einer Linie… Das ist ein Schuss. Ich bin bei uns nicht immer wieder. Soll es das gerade ein Ingenieinigen, Ich bin die Linien aus. Okay, noch Klingenverteidiger. Hier sind auch solche Flätzchen. Okay, die müssen wir auch umgehen. Runenkrieger, zu mir! Die Linien müssen halten! So, jetzt sollte er sich genug veraustgabt haben, dass ich ihn ein bisschen so zusetzen kann. Runterfriert er mich trotzdem ein. Konntet ihm aber gut Schaden machen. Runenkrieger, zu mir! Jetzt aber heilen. Ja, das ist auch etwas, was wir sagen können mit den Resistenzen. Eis-Magie habe ich 70%. So, der ist hinüber. Der große Klingenweber bewachte Truhe. Dann soll ich ihn ausschalten. Der ist ja... Wir werden angegriffen! Im Vergleich zu den anderen Kerlen ist der Frühsport. Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Droppt sogar was. Oh, da ist ja noch ein Klingenverteidiger. Ah, frier mich ruhig ein. Da oben sind wieder so Giftpflanzen. Das ist ein Hinterhalt! Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! So, Berserkraus holen und ihm eine verpassen. Okay, da hat er noch einmal zünden können. Gemeinheit. Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Okay, jetzt sollte ich mich heilen, weil der ging nicht durch. Also, sein Einfrierstang... Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! So. Feier schön auseinander. Noch ein Klingenverteidiger, der geht einfach so an den Pflanzen vorbei, hä? Don ja. Verset cada jetzt eine Klingenverteidiger! So. Und jetzt muss ich mich, Stand halten, Männer. Wir werden angegriffen. So, wir sind wieder ein bisschen auf Eis gelegt. Vorsicht, Gegner. Runenkrieger. Oh, da müssen wir nochmal zurückgehen. Da liegt ein Riese versteckt. Das ist ein Hinterhalt. Runenkrieger. Runenkrieger, zu mir. Ha. Der Leitner des Riesen interessiert mich doch ein bisschen. Sonst fehlt noch die Hälfte der Duklelölfen-Einheiten. Gut, gehen wir nochmal zurück, den Riesenplündern, weil ansonsten habe ich keine Intention hier, äh, Intention, hierher zurückzukommen. Mhm. Nur einen Haufen Klunker hatte der dabei. Wie so viele Riesen irgendwie. Äh, nein, nicht in die Richtung. Also ja, mit einem reinen Magier, glaube ich, ist das verdammt schwierig, hier durchzukommen. Also auf die Art, die ich jetzt gerade hier durchkomme.